Ah, der erste Boss! Der erste Boss! Alles klar! Was muss ich denn dann treffen, hä? Ah, da macht es schon viel Schaden! Ah, schaut nur, was ihr angerichtet habt! Ich schmelze! Sonst ja auch! Oha! Ah, da schießt mehr raus! Alles klar! Warten wir noch mal, bis die... das hat, ja? Alles! Ach, du Scheiße! Ich bin weg, tschüss! Oha! Ihr ausrastet! Holy Shit! Nein! Oh Mann, ich darf ihn ja nicht... Oh! Ich darf ihn ja nicht berühren! Nochmal, den Boss! Okay, das war Springer, weil wir das schon gelesen haben! Gut, das ist der Boss! Auf geht's! Bubis Block! Burnis! Bruch... 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 Bruchstütze! Ach, dann schmelzt es mir! Wirklich! Das ist ein Gedulds-Ross! Ah, der trifft uns trotzdem! Was ist denn? Mach dich fertig! Okay... Es gibt schon hier! Okay... Ich hab dich gleich, Ranschen Und? Ah, ich brauch die hier Komm Komm, noch einen Oh, shit Bei den Hormons setzt den Boss Wird immer schneller, als haben wir ihn aber gleich Holy shit Er muss doch gleich tot sein Oben treffe ich ihn, ne? Jawoll Oh, niedergerissen Ah, nein, ich hätte die Ofentür doch abschließen sollen Tja Welch trauriges Ende meiner eisigen 48 Stunden Schreckensherrschaft In diesem Ofen Sag meiner Familie, was ich bei meiner Lieblingsbeschäftigung starb Beim Schleudern von Geschossen Auf zwei Kumpel völlig verschiedener Herkunft Es hat uns diesen Weg eröffnet Und wir gehen zurück zum Ofen und berichten ihn davon Uh, viel besser Ihr beiden Helden habt mir den Bauch schön aufgewärmt Das bedeutet, dass ich den Palast wieder wärmen kann Achtet auf die Bodenproste Die Thermalwärme kann hilfreich sein Ach, die Und jetzt? Ah Und wir haben uns das Pätschi verdient Und die Nächsten Und die Nächsten Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll Guck mal Geh mal weiter Ah Das sind irgendwelche Walzen Tolle Kamera, tolle Kamera Wunderschön Wunderbare Kameras, sag ich nur Jawohl Jawohl, die zwei Fehlern haben wir egal Ich runtergefallen bin Aber ich rutsche da immer ab Das gibt's nicht Kann nicht wahr sein Ich glaub, das können wir noch gar nicht lösen, oder? Vielleicht stell mich einfach nur blöd an Egal Die zwei Fehlern hab ich jetzt auch Jetzt können wir mal ganz Süß hier rüber gehen So, ich glaube Ich glaube, wir müssen hier lang gehen Ach, da geht's auch nicht hin Alles klar Dann mach ich's jetzt auf diese Auf diese Art Ah, das ist so kacke Mit der Kamera Ich kann ja nicht rüber Ich rutsche immer wieder ab Ich glaub, da kann ich noch nicht lang Da komm ich noch nicht lang Mist Ich komm da nicht lang Gut, dann geh ich zurück Irgendwas muss ich doch mit denen hier auch machen können Ich mach mal kurze Pause Alles klar Nichts Ich mach dich Ich mach mich Möhm Ich mach mich Ich mach mich Wundern Ich mach mich Das war's für heute. Okay. Häh! 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 So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt geht's direkt weiter. So, Desktop und hier das Spiel. Alles klar. Die Pause ist vorbei. Ich bin gestärkt. Es geht weiter. Ich komm hier nicht weiter, glaub ich. Mir fehlt hier bestimmt irgendwas. Ach! Ach so! Stimmt ja. Den Move hab ich ja auch noch. Hab ich ganz vergessen.